Hallo Leute und willkommen zurück zu Scala. Ja, was wir dieses Mal machen, habe ich letztes Mal ein bisschen vor mir her geschoben, und zwar die Vorschleife. Denn ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, denn die Vorschleife ist in Scala anders als in den meisten anderen Sprachen. Denn Scala hat hier seinen eigenen Typ für den Bereich, in dem unsere Variable liegen darf. Nämlich, ja, das sieht dann so aus. Dann haben wir hier eine Range drin. Und hier drin haben wir dann irgendwelche Statements, wie zum Beispiel x, was weiß ich, y, was irgendeine Variable ist, die wir außerhalb haben, ist gleich x-1 oder sowas. So, und diese Variable x, ja, das interessiert uns nicht, was das sagt. Ich will euch ja bloß die Schleife erklären. Also man muss die Variable vorne dran deklarieren, das ist vielleicht das Erste, was ein bisschen komisch ist. So, da sagen wir einfach mal, initialisieren wir mit 0 und dann sagen wir das hier. So, und jetzt haben wir hier diese Range. Und diese Range ist tatsächlich, ja, ein Spaß. Ähm, denn Ranges können zunächst einmal ganz einfach sein, sowas wie 1, 2, 100. Äh, das bedeutet dann so viel wie x ist 1, also bekommt am Anfang den Wert 1 zugewiesen und geht bis 100. Ähm, das wäre dann mal der erste Teil. Das bedeutet aber auch, dass x automatisch vergrößert wird. Ähm, also, jedes Mal wird dann x natürlich um 1 vergrößert, wie wir das kennen. Aber wir müssen es nicht explizit hinschreiben. Ähm, jetzt kann man aber in, ähm, in Skala das Ganze auch, also die Vorschleife auch mit Listen machen. So, und wenn wir dann eben solche, ähm, Listen haben, dann brauchen wir das hier oben nicht mehr. Dann sagen wir hier, war, ups, war x. Ähm, und dann weisen wir hier eine Liste zu. Sagen wir einfach mal List dazu, ja, sowas hier. Und, ähm, dann bekommen wir sowas wie die ForEach-Schleife. Das bedeutet, ähm, ich würde jetzt einfach mal kurz eine Liste hier reinkopieren. Ich habe mir schon einen Zwischenspeicher geschrieben. Ähm, und zwar sowas hier. Ne, vorhin hat es auch gepasst. So, ähm, ja, deswegen, äh, das sollte ein x sein. Wir können natürlich hier wieder dieses, äh, diese War nicht haben, so. Und jetzt sagen wir hier einfach diese, ähm, Num-Liste. Also die Liste an Zahlen ist einfach eine stinknormale Liste. Und, ähm, wir kriegen jetzt hier automatisch am Anfang den ersten Wert zugewiesen und laufen automatisch auch durch die Liste durch. Wir müssen hier gar nichts mit, ähm, mit, äh, dem Zähler machen, sondern der läuft uns automatisch durch diese Schleife durch. Also am Anfang 1, im nächsten Durchlauf ist er 2, dann 3, dann 4, dann 5 und dann 6. Das ist natürlich ziemlich cool. Ähm, wenn wir jetzt hier das Printline reinkopieren, dann können wir das auch direkt sehen. Wenn wir hier einfach Printline x reinmachen, dann, äh, das Ganze ausführen, dann steht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir laufen hier automatisch durch, ohne dass wir irgendeine Zählervariable, ohne eine Bedingung anzugeben, sondern wir laufen einfach vom Anfang bis zum Ende der Liste durch. So, und jetzt kann man das Ganze auch noch filtern. Und deswegen habe ich das hauptsächlich eigentlich verschoben in, ähm, in diesen Teil jetzt. Jetzt wird es sehr anders, wie es bisher war, wie ihr es wahrscheinlich von keiner anderen Sprache her kennt. Man kann nämlich in einer Vorschleife auch noch eine Bedingung machen, wie zum Beispiel if. Ja, wir haben in einer Vordeklaration eine if-Bedingung, das ist korrekt. So, ähm, da braucht man keine Klammern. So, und jetzt sagen wir hier zum Beispiel, ähm, sowas wie x ungleich 3, Komma wäre dann die nächste if-Bedingung, äh, Semikolon wäre die nächste if-Bedingung, nicht Komma, ähm, if, äh, x kleiner 5. Ja, nicht Klammern, sondern, ups, so wollte ich das haben. Ähm, ja, also haben wir jetzt hier drin zwei zusätzliche Bedingungen. x darf nicht 3 sein und x muss kleiner als 5 sein. Und wenn wir das jetzt hier ausführen, dann sehen wir hier, wir kriegen 1, 2 und 4. x gleich 3, also 3 wird hier nicht ausgegeben, weil x nicht 3 sein darf. Und 5 und 6 wird nicht ausgegeben, weil x kleiner als 5 sein muss, also auch nicht gleich 5. Das heißt, 5 und 6 gehen da auch nicht rein. Und das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Sache. Äh, das kenne ich tatsächlich von keiner anderen Sprache, außer von Scala. Ist eigentlich ziemlich cool, man muss sich nur dran gewöhnen und das auch wirklich dann benutzen. So, und jetzt kann man sogar noch ein Stückchen weitergehen und diese, ähm, Vorschleife als Return-Wert quasi, ähm, speichern. Äh, ja, jetzt wird's nochmal spaßig, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ähm, wir sagen einfach hier, ähm, ihr kennt das ja von meinen Java-Videos, da hab ich auch meine, äh, Werte immer red genannt. Und zwar, ähm, wir sagen, ähm, diese Vorschleife hier, ich rück das mal alles so ein, dass es einigermaßen passt. So, ähm, das hier machen wir mal weg hier. Diese Vorschleife hier, diese Klammern hier gehören jetzt nicht dazu, ähm, hat, schreibt Werte in diesen Wert red. Und der ist noch nicht zugewiesen, ähm, denn wir wollen ja hier eine Liste draus machen und so die Liste zu erstellen, ist deutlich einfacher als vorher irgendwas zu machen. So, und dazu machen wir jetzt hier yield hintendran und schreiben dann die Variable hin, die zurückgegeben werden soll, nämlich x. Auch ohne Semikolon oder sonst irgendwas, das heißt die Syntax wird, also es wird leicht unleserlich hier oben, muss ich zugeben. Ähm, also, das bedeutet, wir schreiben in return alle Werte von x, äh, von, ja, von x rein, deswegen yield x. Wir könnten auch hier irgendwelche Berechnungen machen und dann irgendeine andere Variable nehmen. Es muss nicht die Zählervariable sein. Und, äh, dann gehen wir die Vorschleife durch, nämlich wir weisen x erstmal alle Elemente der Liste zu, aber er muss ungleich 3 sein und er muss, äh, kleiner als 5 sein. So, und, äh, dann können wir hier nochmal eine Vorschleife deklarieren. Zum Beispiel, also das ist jetzt natürlich nur ein, äh, komisches Anwendungsbeispiel, ähm, aber ihr findet da sicher einige coole Beispiele da dran. So, äh, red und sagen dann einfach Printline, ähm, nicht x, sondern y. So, und was jetzt passiert, wird euch wahrscheinlich erstaunen. Es passiert nämlich genau dasselbe. Denn wir speichern uns jeden einzelnen Wert dieser Vorschleife, der hier generiert wird, nämlich jeden einzelnen Wert x, in jedem Durchlauf in diese Liste return rein. Und dann weisen wir diesem y wieder diese Werte aus dieser Return-Liste zu und geben die einfach aus. Hier kann man natürlich nochmal ein Yield draus machen, wenn man möchte. Das könnt ihr so handhaben, wie ihr wollt. Ja, und ich würde sagen, damit ist die Vorschleife eine der speziellsten Schleifen hier in Scala. Ähm, sehr mächtig und ziemlich cool, muss ich sagen. Also, wirklich geil. Ja, ich hoffe, ihr habt, äh, das alles verstanden und ihr konntet mir auch folgen und es hat euch auch Spaß gemacht. Ähm, ja, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles klar, bis dann, ciao, ciao.